Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Kryptoanalysen. In der heutigen Folge sprechen wir über ein Allzeithoch in Argentinien von Bitcoin, sprechen über eine, ich sag mal, dubiose Circle-Blockierung von USDC, sprechen über Litecoin, wieso das Interesse abgenommen hat, aber die Hodler zugenommen haben und dann noch ganz kurz ein Transaktionsrekord im EOS-Netzwerk. Springen wir gleich in diese erste News-Story und zwar geht es um Argentinien, das nun ein Allzeithoch im Bitcoin-Trading über LocalBitcoins erreicht hat. Wenn wir hier gleich auf LocalBitcoins springen bzw. auf Coindance und dann da auf LocalBitcoins Volumen gehen für Argentinien, sehen wir hier, diese Zahlen werden wöchentlich abgedatet und hier haben wir einen absoluten Rekord erreicht von etwa 101 Millionen US-Dollar Gegenwert, der nun getradet wird. Argentinien kämpft mit Wirtschaftskrisen, Inflation etc., also die Währung nimmt konstant ab und da ist natürlich Bitcoin sehr spannend. Jetzt kommen die Leute und sagen, ja, aber Bitcoin ist doch auch volatil. Ja, Bitcoin ist volatil, aber wenn die Währung wirklich täglich so stark abnimmt, dass man kein Brot, keine Milch etc. kaufen kann, dann ist Bitcoin vielleicht wirklich die stabilere Wahl. Die grosse Frage ist natürlich da auch, ob Bitcoin so quasi als Zwischenwerkzeug gebraucht wird zwischen dem argentinischen Peso und dem US-Dollar, dass man eigentlich nur wechselt. Das kann ich mir auch noch gut vorstellen. Oder man sagt wirklich, nein, Bitcoin haltet den Wert relativ stabil und deshalb wechsle ich auf Bitcoin. Ich glaube, das werden wir noch in einigen anderen Ländern auch so sehen. Also natürlich zeigt Coindance dieses Volumen nicht für alle Länder an, aber grundsätzlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass andere Länder etwas ähnliches, was wir etwas ähnliches sehen werden. Hier sagt LocalBitcoins auch, also Südafrika, Tansania, Peru, Chile, Nigeria, Kenia, Brasilien und auch Japan, Mexiko und Ägypten hatten in den letzten Zeiten Rekordhochs erreicht auf LocalBitcoins. Das heißt, wir sehen da wirklich einige Wirtschaften oder einige, ich sag mal, Länder, die da zumindest vom Volk aus in Bitcoin investieren. Und das ist natürlich ein sehr bullisches Zeichen für Bitcoin, zeigt auch, dass die Leute in den Werterhaltungsmechanismus von Bitcoin vertrauen. Als nächstes sprechen wir über Litecoin. Um Litecoin ist es in den letzten Monaten relativ leise geworden. Wir hatten vor ein paar Monaten darüber gesprochen, dass Litecoin eigentlich freiwillige Minor Donations akzeptiert. Das heißt, die Schürfe könnten einen Teil ihrer Rewards abgeben. Dann hatten wir darüber gesprochen, dass Litecoin eigentlich Mimblewimble integrieren möchte und somit eigentlich auch auf Privatsphäre setzen möchte. Die Entwickleraktivität hat extrem abgenommen. Das Tradingvolumen, also das Handelsvolumen, ist auch relativ tief. Also wir sehen hier auf einem Zwei-Jahres-Tief fast schon. Und andere Zahlen, auch hier, das Transfervolumen ist auch gesunken. Also wir haben hier eine Tendenz gegen unten. Auch die Transaktionsgebühren natürlich dadurch. Das kommt dadurch, dass einfach das Netzwerk viel seltener gebraucht wird. Die Hashrate geht grundsätzlich auch nach unten im Vergleich. Von daher sehen wir, da ist etwas im Gange bei Litecoin und es sieht nicht gut aus. Allerdings kann man von diesem UTXO-Alter davon ausgehen, dass viele der Litecoin-Holder einfach ihre Litecoins in den Wallets halten und effektiv nicht traden. Das heißt, dass die Anzahl der Leute, die Litecoins in den Wallets haltet, ist auf 63,8% gestiegen und das ist die höchste Zahl seit eigentlich immer. Also wir haben hier, Litecoin wird wahrscheinlich einfach eingekauft, gehordet und gehalten, aber nicht in diesem Zusammenhang getradet. Und deshalb sehen wir auch diese Metriken, die nach unten gehen, aber grundsätzlich diese Zahl, die eher positiv ist. Die war vorhin, ich glaube etwa bei 56%, das heißt, da ist eine Steigung vorhanden und das Interessante ist jetzt, was wird mit Litecoin passieren? Der einen Seite sicher die Privatsphäre, Mimble-Wimble-Technologie, die da eine Diskussion auslöst, aber ich glaube, das ist zu wenig, um die Leute davon zu überzeugen. Die grosse Frage dann ist dann natürlich, was wird mit Litecoin und allenfalls Cardano zusammen passieren? Denn Cardanos CEO oder IOHKs CEO und Mitgründer Charles Hoskinson hat den Litecoin-Gründer Charlie Lee angeschrieben und auf Twitter angeschrieben und ihn gefragt, ob er an einer Kollaboration interessiert wäre. Dann hat natürlich die Community relativ schnell darüber gesprochen, ob und wie. Und jetzt ist natürlich interessant, jetzt ist die grosse Frage, was könnte Litecoin Cardano bringen oder umgekehrt? Und da kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht sogar die beiden Organisationen zusammenbringen wird, weil Litecoin doch noch einen irgendwie, einen Markenwert hat, grundsätzlich eben auch viele Hodler hat und eventuell eben auch wegen der Privatsphäre-Geschichte, wegen Mimble-Wimble, eventuell da eine Partnerschaft möglich wäre. Ich möchte jetzt aber nicht zu viele Gerüchte in die Welt setzen, denn es ist, wie gesagt, noch relativ unsicher, könnte aber durchaus sein, dass wir da eine interessante Kollaboration in der Zukunft sehen werden. Als nächstes springen wir zu Circle beziehungsweise Center Konsortium, denn dieses Konsortium gibt ja USDC heraus, die Stablecoin, die eins zu eins gebackt ist mit dem US-Dollar. Jetzt ist da etwas Interessantes passiert, es wurde eine Adresse, die etwa 100.000 US-Dollar an Stablecoin in dem Wallet hatte, eingefroren, aufgrund eines Law Enforcement Requests. Das heisst so viel wie Justiz oder sei es die Polizei oder rechtlich gesehen hat diese Adresse irgendetwas verbrochen, was kontrolliert werden muss und viele wissen eben nicht oder denken, dass obwohl USDC eins zu eins gebackt ist, dass es komplett dezentral ist. Das ist aber nicht. Das Center Konsortium hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die Adressen zu blockieren oder eben zu blacklisten. Die erste Möglichkeit ist, wenn ein, ich sage mal, nicht ein Vollstreckungsvollzug, aber so etwas wie eine rechtliche Grundlage vorliegt, wieso man eine Adresse blacklisten möchte, weil die in irgendwelchen illegalen Geschäften verwickelt ist, etc. Und der zweite Grund ist ein Sicherheitsrisiko. Das heisst, wenn bei USDC irgendetwas Sicherheitsmäßiges passiert, würde man da entweder das Netzwerk oder entsprechend die Adresse stoppen. Das heisst, es gibt da Möglichkeiten, USDC zu kontrollieren und es wird auch gemacht. Das haben wir jetzt gerade erlebt. Und es ist eben interessant, dass das erst jetzt rauskommt, weil ich glaube, das Ganze ist im Mai oder im Juni bereits passiert. Das heisst, da ist, diese Nachrichten, die kommen relativ spät im Vergleich, aber da ist definitiv etwas im Gange und da müssen wir ein bisschen ein Auge drauf werfen. Grundsätzlich denke ich, für normale Trader und Kryptohalter ist USDC kein Risiko, nicht so ein Risiko wie USDT in meinen Augen, aber ich glaube, wir müssen trotzdem verstehen, dass es trotz Stablecoin eben eine zentrale Einheit gibt, die das Ganze entsprechend kontrollieren kann. Wir gehen weiter und zwar sprechen wir über EOS beziehungsweise das EOS Mainnet. Das hat nämlich am 29. Juni einen Transaktionsrekord gemacht. Da haben wir diese Transaktion, diese Blocknummer, 128.557.625. Am 29. Juni um 10.56 Uhr wurden nämlich 2.773 Transaktionen im Block platziert. Bei einer Blockzeit von, hier steht es auch, 0,5 Sekunden können wir also davon ausgehen, dass etwa 5546 Transaktionen pro Sekunde erreicht wurden. Das heisst, wenn wir einfach die Zahl der Transaktionen durch 0,5 teilen, kommen wir eben auf die knapp 5.500 Transaktionen pro Sekunde. Wir haben auch hier eine relativ hohe Zahl, also wieder am 6. Juli. Das heisst, hier wurde definitiv etwas abgegradet und die Transaktionszahl steigt, denn der vorherige Rekord war etwa bei 3.900 Transaktionen pro Sekunde. Das heisst, EOS macht jetzt definitiv mehr Transaktionen in der Sekunde als andere Crypto-Blockchains. Das heisst, für die Leute, die immer sagen, ja, ich möchte das schnellste Netzwerk, ist EOS eventuell eine interessante Alternative. Ob die Transaktionen da wirklich, das, ob das brauchbare Transaktionen waren oder wirklich nur so Mikrotransaktionen, ist natürlich eine andere Geschichte und ob dann bei Vollbelastung das Netzwerk diese Transaktionen oder Transaktions pro Sekunde aufrecht erhalten kann, ist natürlich auch eine andere Frage. Das war es aber von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast, abonniert den Newsletter, da werde ich noch einen Bericht über das Thema Kyber nochmal erwähnen. Das heisst, gestern hatten wir der Kyber analysiert und dann werde ich nochmal ins Detail gehen. Etwas Kleines kann ich euch noch versprechen für die Leute, die relativ früh jetzt dieses Video schon schauen. Heute Nachmittag um 2 Uhr kommt auch ein spannendes Video. Einfach auf dem Kanal warten. Um 14 Uhr kommt dann ein neues Video, was euch hoffentlich gefallen wird. Das war es von der heutigen Folge. Wir sehen uns morgen. Macht's gut. Bis dann.